Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Diese Jitter-Geschichte beschäftigt immer noch einige User, die mitunter überhaupt nicht mehr spielen können. Und diese ominöse Operation GetRanked geht stark in eine Scam-Richtung. Und das schauen wir uns jetzt an. Let's go! Sorry, Leute. Leider kein GTA. Wir beginnen mit dieser Jitter-Problematik. Gerade gestern war auch wieder jemand im Stream, der noch relativ neu ist. Toodles, glaube ich. Toodles? Er hat mir gestern im Stream davon berichtet, dass Fletcher dann, den Namen haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, Gerade im letzten Video habe ich auch über ihn gesprochen und über seine tolle Arbeit mit der Community, Kommunikation mit der Community und so weiter und so fort. Und vor 18 Tagen hat Fletcher dann auch weiter über das Thema Jitter gesprochen und unter anderem eben auch, woran es überhaupt liegt. Also wer schlussendlich schuld ist an der ganzen Misere. Und zwar räumt Fletcher dann einer von den Volvo-Leuten mit dem Irrtum auf, dass das Ganze irgendwas mit Subtick zu tun hätte. Das Ganze liegt also nicht an Subtick, sondern an dem Fakt, dass sie deutlich mehr Bandbreite benutzen, als sie eigentlich sollten oder als es halt nötig wäre. Sie benutzen ein altes Animationssystem, das nicht netzwerkeffizient arbeitet. Sie arbeiten bereits daran, das zu ersetzen, aber es ist ein größeres Projekt. Natürlich weiß ich nicht genau, was jetzt hier mit Animationssystem gemeint ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es die Gesamtanimation der Charaktere ist und möglicherweise dann eben auch noch der Waffen hinzukommt. Also auch, wenn du erschossen wirst, wie sackt dann der Charakter zusammen, wo fliegt die Waffe hin und so weiter und so fort. Ich denke, dass es damit viel zu tun hat. Leute berichten zumindest auch davon, dass wenn viel passiert, wenn viele Leute erschossen werden und umfallen und so weiter und so fort, dass der Jitter dann bei ihnen steigt. Wie man dieses Problem trotzdem von sich aus zumindest versuchen kann zu fixen, wisst ihr ja bereits. Dazu habe ich ein Video gemacht, das ist hier mit verlinkt. Oben in der Ecke ist, glaube ich, ein I, da könnt ihr draufklicken und da ist dann dieser Jitterfix-Kram. Oder ihr gebt einfach der Dumba-Blatt-Jitterfix ein. Und wer sich jetzt fragt, sind die dämlich? Haben die einfach das alte System von Go mit rübergenommen in CS2 und haben deswegen die Problematik, weil unterschiedliche Engine? Nein, das wird hier unten bereits geklärt. Dieses alte Animationssystem war nicht in Go enthalten. Und um es klarzustellen, die Problematik Jitter hat nichts mit Subtick zu tun. Wenn ich jetzt grob überschlagen müsste, wie viel Prozent zum Beispiel in unserer Community damit Probleme haben, würde ich sagen, mindestens 10% unserer Community-Base hat kleine bis große Probleme mit dieser Jitter-Problematik. Es gibt, wie gesagt, sogar ein paar wenige, die sagen, ich kann kein Counter-Strike mehr spielen. Es ist mir nicht möglich, es zu spielen, weil das Spiel komplett unresponsive ist wegen der Jitterrei. Ich bin extrem froh, dass ich nicht einer derer bin, die so große Probleme haben. Ihr wisst, dass ich Starlink benutze. Also ich bin eigentlich prädestiniert für Netzwerkprobleme, weil Satelliten-Internet, Bing-Bong. Aber ja, dieses Paket 1 hat mir wirklich den Arsch gerettet. Zumal bei mir der Jitter überhaupt nicht im Download ist, sondern nur im Upload. Also es könnte in meinem Fall sogar sein, dass die restliche Problematik, die ich manchmal habe, also bei mir war alles eigentlich knallrot in meinen Tests, ohne Paket 1, mit Paket 1, nur grün und vielleicht mal ein einziger Spike nach wie vielen Minuten. Das könnte auch einfach an mir liegen, wegen meinem Starlink-Halt. Es fliegt eine fette Taube vorbei, bapp, und schon ist halt reingechittert. Hier auch auf jeden Fall wieder einen dicken Up-Dude an die Geschichte hier. Ich freue mich wirklich, dass Fletcher dann am Reinschreiben ist. Es ist echt eine geile Mail. Hier unten hat er, wie gesagt, auch geschrieben. Und auch weiter unten siehst du halt, wie die Leute sich darüber freuen. Dass hier eben kommuniziert wird und dass auch bitte nicht aufgehört werden soll, zu kommunizieren. Das ist was, was wir von den Volvos halt eigentlich noch gar nicht so richtig kennen. Und bevor es zum zweiten Thema geht, ganz kurze Erinnerung. Wir haben aktuell auf Twitch diese Shadow Deggers Autotronic im Giveaway. Einfach komplett kostenlos den Stream schauen, währenddessen Bubble-Dollar sammeln und mitmachen. Und jetzt kommen wir noch zu einer Sache, die sich bereits angebahnt hat. Ich habe es schon in vier Videos erwähnt oder angesprochen, mitunter zu einem gewissen Teil des Videos eben gemacht. Diese komische Operation Get Rank. Hier hat sich gestern bei mir im Stream ein ganz neuer Zuschauer gemeldet, der davon berichtet hat, dass es fürchterlich ist. Ich habe mir von Inui, das ist so der, ich sage mal, Hauptveranstalter von dieser ganzen Geschichte, viel erwartet und habe das installiert, weil ich halt auf Get Right ziemlich viel gegeben habe. Habe auf Inui eine der größten Gruppen überhaupt gehabt, die nicht selbst von Inui sind. Bis vorgestern war auch alles fein. Die Admins haben mich dann angeschrieben, ich soll dies und jenes ändern, ansonsten wird die Gruppe gelöscht. Obwohl das einfach Community Groups waren. Danach habe ich recherchiert und bin fündig geworden. Diese Sache stinkt bis zum Himmel. Alles, was ich weiß, schicke ich dir jetzt. Und zwar gibt es hier einen langen Reddit-Post zu den Gefahren von Inui, von diesem Third-Party-Client, den sie benutzen, also von dem Anti-Cheat oder dem Programm, das du eben brauchst, um mitmachen zu können. Daraufhin hat er auch nochmal einen Post rausgehauen, in dem er schreibt, dass man dieses Programm nicht wie andere Programme einfach deinstallieren kann. Er hat in dem Fall zwei Stunden gebraucht, um es von seinem PC wegzubekommen. Und das stinkt natürlich schon bis zum Himmel, wenn ein Programm, das du einfach installieren kannst, sich so einnistet, dass du es nicht einfach deinstallieren kannst. Das ist merkwürdig. Und hierzu hat er, wie gerade erwähnt, einen Reddit-Post gefunden, der die gesamte Problematik bereits perfekt zusammengefasst hat. Zuallererst das kurze Vorwort. Creator, wie zum Beispiel Lobber, haben die ganze Sache promotet. Es geht um einen Client, sowas wie Faceit, der Kryptocurrency benutzt. Und das Versprechen von der ganzen Sache ist, dass du ab dem 16. September da was mitspielen kannst. Also sie haben es ja als Counter-Strike-Operation angekündigt, bei dem du dann Krypto und echtes Geld halt verdienen kannst. Und ich denke, da ist es bei vielen schon so, ah, Krypto. Als nächstes kommt direkt die Übersicht der Problematiken. Inui, also dieser Drittanbieter-Client für Counter-Strike, mit dem man Kryptocurrency-bezogene Aktivitäten durchführen kann, hat signifikante Sicherheitsschwachstellen sowie alarmierende Privatsphärenbrüche. Und das hört sich schon sehr unangenehm an. Und darauf folgend führen sie dann ihre drei Key-Findings auf, also diese Schlüsselerkenntnisse, die sie eben halt hier gewonnen haben. Also die drei, ich sag mal, Hauptprobleme. Erstens, Cross-Site-Scripting-XSS-Exploits. Es gab mehrere erfolgreich durchgeführte XSS-Attacken auf diese Inui-Plattform. Hier ein kurzer Clip von Aqua is Missing. Hier hat er das Leben gezeigt. What the fuck? Inui.zip? Holy shit! Oh my god! Bro, nice client! Okay, Aqua schreibt hier selbst installiert auf keinen Fall diesen Inui-Client. Über diese XSS-Geschichte kann man kurzum an Daten der User kommen, unter anderem auch Zugriff auf die Steam-Accounts erhalten. Dein Account kann also geklaut werden, dein Account kann gehijackt, also übernommen werden und die Leute gaukeln vor sie, sind du und schreiben in deinem Namen. Und Daten von Usern können eingesehen werden, die man halt eigentlich nicht der Öffentlichkeit zeigen möchte. Ich denke, es ist selbsterklärend, wozu diese drei Punkte führen können und was das eben für eine Riesenproblematik für die User sein kann. Nummer zwei, und das ist richtig hart, unautorisierte Desktop-Überwachung. Dazu gibt es einen Tweet von Pogu oder Pogu, der hier einen Teil des Codes rausgeklöppelt hat. Hier geht es um Screenshots. Und zwar macht dieser Inui-Client alle zehn Sekunden ein Screenshot von deinem Spiel und von deinem Desktop. Und ich denke, hier liegt auch sofort auf der Hand, wo das Problem ist. Das ist ein riesiger Privatsphärenbruch. Nirgendwo stand geschrieben, dass dieses Anti-Cheat oder halt der Client das macht. Das wird einfach im Hintergrund gemacht und du merkst es nicht. Die drei Hauptpunkte sind hierbei folgende. Ungesetzliche oder illegale Sammlung von Daten. Fui bah. Lack of Consent. Also man wird nicht gefragt, ist das für dich in Ordnung? Du musst erst bestätigen. Es wird einfach über dich hinweg entschieden. Und natürlich kann dann damit potenziell halt Schindluder getrieben werden, weil sie halt einfach Daten von dir haben. Dein Desktop und das Spiel halt immer wieder abfotografieren. Und zu guter Letzt folgt noch Hauptpunkt. Drei dubiose Business-Ausführungen. Diese ganze Geschichte ist ja ansässig in Dubai und da habe ich damals schon im Initialpost oder im Initialvideo gesagt, oh, Vorsicht. Denn die haben da ziemlich laxe Regulationen für solche Tech-Companies. Hier sind die beiden beinhaltenden Punkte dann folgende. Der Veranstalter oder die Firma dahinter hat keine Daten über sich. Also er hat ja danach gesucht und konnte nichts finden. Keine eingetragene Organisation oder irgendwas. Und sie bieten hier eben kostenloses Geld an. Also sie verschenken Geld, was halt auch sehr dubios ist. Die Conclusion ist ja folgende. Inui stellt ein großes Risiko für User dar. Falls ihr die ganze Sache benutzt habt, solltet ihr erstens sofort den Client entfernen. Der Kollege hatte diesen Advanced Uninstaller genutzt. Ich bin mir hier aber nicht sicher, was, wie und warum. Es gibt einige Programme, die in die Richtung gehen. Eins weiß ich aber genau. Oftmals wollen die Programme dann auch Geld haben. Also du musst dir der erste Pro-Version kaufen oder dieses und jenes, um das zu machen. Oder du musst es dir halt auf einen Umweg holen. Aber dabei muss man natürlich auch aufpassen. Zweitens, wechselt auf jeden Fall auf Steam und euren Krypto-Geschichten, die ihr damit eingebunden habt, die Passwörter und aktiviert zwei Faktoren Authentifikation. Und drittens, reportet auf jeden Fall diese merkwürdigen Praktiken, die hier betrieben werden. Ja, also passt bitte auf euch auf und lasst euch da nicht verarschen. Falls jemand von euch bereits Kontakt mit der Sarah hatte und es entfernen konnte oder auch nicht, kann er sich gerne auch in den Kommentaren melden und über seine Erfahrungen sprechen. So Dille, weil euch beim letzten Mal der Sticker so gut gefallen hat, können wir gerne jetzt direkt wieder einen Sticker giveaway machen. Und zwar gibt es heute einen Baby-Hall-Sticker für euch. Den könnt ihr einfach gewinnen, wenn ihr Folgendes zum aktuellen Thema schreibt. Und zwar, wie siehst du es, dass diese großen Creator wie Lobber zum Beispiel oder auch die anderen genannten, dass die diese Sache promotet haben als die Operation. Da soll man reingehen und Counter-Strike, also CS2 ist eh Trash, lieber das. Was sagt ihr dazu? Ich weiß an der Stelle übrigens nicht, ob Lobber irgendwo, irgendwie, irgendwann zurückgerudert ist. Ich bin jetzt nicht rein, hab bei ihm die Videos durchforstet, ob er sich da schon längst distanziert hat. Ich hoffe, dass er es noch macht oder bereits gemacht hat. Die Frage steht aber trotzdem. Wie findet ihr das, dass man sich in sowas reinschmeißt, aber scheinbar, ja, sich nicht über die Ausmaße bewusst ist? Ich antworte hier direkt für mich. Creator müssen natürlich schon ihre Partner oder eben Dinge, die sie bewerben, zu einem gewissen Teil abchecken, um halt nicht einfach irgendeinen Trash zu bewerben. Aber es gibt auch, es gibt auch Grenzen. Also man ist logischerweise nicht in die Business-Struktur eingeweiht. Also ihr wisst, dass ich zum Beispiel Skinbaron als Partner habe oder auch Holy, Leute, Holy einkaufen. Und natürlich habe ich bei Holy zum Beispiel das Produkt getestet. Ich habe mit den Mitarbeitern gesprochen. Ich war auch vor kurzem mit der Zentrale und habe da mir einiges angucken dürfen und so weiter und so fort. Und das macht auf mich einen guten Eindruck. Also bewerbe ich die Sache. Am Ende weiß ich aber nicht, was im Hintergrund passiert. Logischerweise, da könnte alles passieren. Ich persönlich hate Lobber deswegen zum Beispiel nicht und nehme es ihm auch nicht übel. Ich würde mir halt dann nur wünschen, dass er, sobald er erfährt, oh, da ist irgendwas komisch. Ich habe neue Informationen bekommen und auf einmal ändert sich die ganze Geschichte. Das Blatt hat sich gewendet. Dann würde ich mir halt wünschen, dass er da was macht, wenn noch nicht geschehen und sagt, hey, sorry, Scheißebach, lieber nicht installieren. Lass mal die Finger davon. Das war jetzt etwas länger ausgeführt, aber es ist eben für mich auch ein wichtiges Thema, weil halt Creator, Partner und so weiter und so fort, na. Wie seht ihr das? Höhe oder hot? Das Ding gibt es dann hier Giveaway-mäßig. Und ein Giveaway-Lös mal auch noch ganz schnell auf, komm. Und zwar gab es für euch vor kurzem eine Farmer's Rapid Eye Movement zu gewinnen. In dem Video ging es um das mögliche Geburtstags-Update. Ich hatte euch da gefragt, ob ihr glaubt, dass zum Geburtstag irgendwas kommt. Ist jetzt schon ein bisschen her, das Video ist vom 23.09. Vielen Dank für 129 Kommentare. Und der Gewinner, der hoffentlich über die Sache gesprochen hat, ist Rubino. Ich bin mir sicher, dass nichts passiert. Das würde zu... Ja, es ist nichts passiert. Rubino, du hast leider vollkommen recht und bist auch der Giveaway-Gewinner. Du weißt, wie der Hase läuft. Bitte hier unter dem Video melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und dein Trade-Link, wie bereits geschehen, 2.9 in deine Kanal-Info. So, Dillett, dann sind wir heute auch wieder durch. Vielen lieben Dank, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen, für die Kommentare und für die Likes. Falsche Szene, sorry. Das ist die Stream-Szene. Und für die Likes, danke schön. Sehr, sehr edel, dass ihr reinguckt, dass ihr kommentiert. Riesenbanger. Ihr wisst, ich lese nach wie vor so gut wie alle Kommentare auf dem Handy. Und ich denke, man bekommt auch mit, wenn ich die Giveaways auflöse, dass ich mir, ja, dass ich mir Zeit nehme für euch. Also für die Kommentare. Ich hoffe, dass man das merkt. Auch wenn der Kommentar zum Beispiel nicht beim Giveaway gewinnt, weil er nicht passt, lese ich trotzdem rein, spreche mitunter darüber und so weiter und so fort. Aber es ist mir leider nicht mehr möglich, zeitlich, dass ich halt auf alle antworte. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sehen uns dann im nächsten Video, also in wahrscheinlich zwei Tagen oder halt morgen im Stream. Denkt dran, Live-Giveaway, aber auch Viewer-Games und das normale Giveaway. Wir haben in jedem Stream halt ein normales, mit zwei Skins, einem Sticker, einem Graffiti. Immer dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Wir haben noch eine schön fette Auswahl mit all den Skins, die ich gerade vor kurzem bekommen habe und sehr, sehr vielen, ähm, richtig geilen Stickern auch. Eine weitere Temukau, oh yes, und noch einige andere nice Sachen. Ja, also, äh, kommt gerne mit rum. Wie gesagt, danke für alles, wir sehen uns, haut da rein. Bye, bye.